Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 148 Ein Bund fürs Leben Von Narcissa hatten Draco und Hermine ebenfalls erfahren, dass nun alle Gäste angekommen wären und gerade ein Aperitif zu sich nahmen. In einer Viertelstunde sollten beide nach unten kommen. Der Beruhigungstrank hat geholfen, aber ich bin noch immer sehr erhitzt, sagte Draco, als er sich frische Luft mit einer der Menükarten zuwedelte, die man ihm zur Ansicht für den heutigen Tag gegeben hatte und die er bisher völlig ignoriert hatte. Tief Luft holend, forderte Hermine. Steh mal bitte auf und breite die Arme aus. Er war zwar verdutzt über ihren Wunsch, kam ihm jedoch nach. Mit einem Wedeln ihres Zauberstabes hatte sie einen leichten Kühlungszauber über ihn gelegt, den sie damals erlernt hatte, als sie mit Harry und all den anderen während des Sommers unterwegs gewesen war, um nach den Horkruxen zu suchen. Oh ja, sagte Draco erleichtert, als sich die angenehme Kühle auf seinem ganzen Körper ausbreitete. Viel besser. Wenn es zu kühl werden sollte, dann einfach mit einem Finite beenden. Um deinen Körper herum haschen ungefähr 16 Grad Celsius. 16 Grad hört sich wunderbar an. Ich glaube, ich lasse den Zauber den ganzen Abend drauf. Erwiderte er dankbar. Gewissenhaft inspizierte Hermine die Lage. Gut, du bist vollständig angezogen. Und nebenbei, du siehst großartig aus. Aber wo ist deine Ansteckblume? Die ist hier. Sagte Draco, als er zu einer kleinen Kommode hinüberging. In dem Moment, als er sie in die Hand nahm, erstarrte er. Oh mein Gott. Entwisch es ihm völlig entsetzt klingend. Was? Sag schon, was haben wir vergessen? Hermine wurde unruhig. Der Brautstrauß. Er klang so resignierend, als hätte er sich damit abgefunden, dass die Welt nun untergehen würde. Und der für die Braut Jungfer. Oh Merlin. Draco schwankte verdächtig und Hermine war froh, dass sie freiwillig den ersten Hilfekurs im Mungos gleich dreimal abgelegt hatte. Es klopfte. Noch immer geschockt über Dracos Aussage, er hätte den Brautstrauß vergessen, öffnete Hermine die Tür und wie erwartet informierte Mrs. Malfoy, dass Draco nun nach unten kommen sollte. Miss Malfoy, der Brautstrauß. Hermines Kehle schnürte sich zusammen und wirkte somit den Rest ihres Satzes unverhofft ab. Den habe ich kommen lassen. Susan und Belinda haben ihre Sträuße längst. Versicherte Mrs. Malfoy sehr gelassen, bevor sie einen Blick zu ihrem Sohn riskierte. Die Farbe seines Gesichtes ähnelte noch immer dem Sandstein des Kamins, aber er schien mittlerweile ein wenig ruhiger zu sein. Belinda? Fragte Hermine nach, der der Name bekannt vorkam. Draco erklärte knapp. Die Tochter einer Kollegin von Susan. Können wir jetzt gehen, bevor ich einen Herzantrag bekomme? Noch an der Tür hielt Draco kurz inne und sagte leise zu seiner Trauzeugin. Ich habe das Mitbringsel für dich vergessen. Lächelnd konterte sie. Ich habe euer Hochzeitsgeschenk vergessen. Na dann sind wir ja quitt. Los geht's. Er klang nicht so enthusiastisch locker, wie er wollte. In der Halle waren keine Gäste mehr anzutreffen, nur noch Personal, das Mr. Bones verpflichtet hatte und darunter waren zwei gut gekleidete Herren, die sich um den reibungslosen Ablauf der Zimmermonie kümmerten. Ah, Mr. Malfoy, sagte einer der Herren, während er sich dem Bräutigam näherte. Wie abgesprochen gehen sie und Miss Granger durch die Tür ganz vorne in den Wintergarten, wo der Herr und die Dame vom Ministerium auf sie warten. Gehen sie beide erst los, wenn die Musiker zu spielen begonnen haben. Draco nickte und machte dabei ein Gesicht, als hätte er eben Tipps darüber bekommen, wie er am besten den Weg zur Guillotine antreten könnte. Der Mann verließ die beiden wieder. Draco? Sagte eine Stimme vorsichtig. Hermine und Draco treten sich um und erblickten Severus, der zögernd auf sie zukam. Severus, warum sitzen Sie noch nicht im grünen Salon? Fragte Hermine entgeistert. Ich war schon drin, aber wenn Sie mir erlauben, dann würde ich gern kurz mit meinem Patensohn sprechen. Hermine stimmte zu, wies Severus jedoch darauf hin. Denke aber nicht, dass Draco momentan besonders aufnahmefähig ist? Äh, was? Fragte Draco verwirrt. Nur eine Minute. Bad Severus, sodass Hermine nickte und sich ein wenig entfernte, damit die beiden miteinander reden konnten. Als Hermine sich in der großen Halle umsah, bemerkte sie auf der Treppe Hannah, die über das Geländer schaute und eine stoppende Geste für jemanden machte, den Hermine noch nicht sehen konnte. Es konnte sich nur um Susan handeln, die gleich nach Draco den grünen Salon betreten würde, und zwar an der Seite ihres Mannes und ihrer Trauzeugin. Ein junges, schick zurechtgemachtes Mädchen mit einem Korb in der Hand kam die Treppe hinunter und hielt genau bei Hannah, um ebenfalls das Treiben in der Halle zu beobachten. Die sehr junge Dame musste die Brautjungfer sein, dachte Hermine. Belinda wiederholte sie in Gedanken und wie aus heiterem Himmel fiel ihr ein, woher sie nicht nur den Namen kannte, sondern auch das Mädchen. Linda ist hier, murmelte Hermine erstaunt. Mrs. Malfoy hatte gesagt, die Brautjungfer wäre die Tochter einer Arbeitskollegin von Susan, sich das Treffen mit Severus, ehemaliger Partnerin, ins Gedächtnis zurückrufend, erinnerte sie sich an das Gespräch zwischen den beiden. Ich habe gelesen, dass du wieder in Hogwarts arbeitest, hatte Linda damals in der Winkelgasse gesagt. Ja, ganz recht. Und was machst du? Ich arbeite beim Besenregulationskontrollamt, waren Lindas Worte gewesen. Severus hatte daraufhin klargestellt. Beim Ministerium also. Susan und Linda mussten sehr gut miteinander auskommen, wenn Lindas Tochter zur Brautjungfer bestimmt worden war. Hermine fragte sich nur, ob Severus von diesem Gast wusste, ob vielleicht sogar Remus unter all den Gästen längst seine ehemalige Freundin ausgemacht hatte. Vielleicht war das der Grund, vermutete Hermine still, weswegen Severus den Saal verlassen hatte. Sie blickte zu Severus und Draco hinüber, die sich noch beide unterhielten. Draco legte eine Hand auf Severus' Oberarm und nickte, während er mit der anderen Hand eine beschwichtigende Geste machte. Diesmal nickte Severus und erschienen nach dem kurzen Gespräch mit Draco sehr erleichtert. Die beiden trennten sich und Severus ging zurück in den grünen Salon, während Draco auf Hermine zusteuerte. »Was wollte Severus?« fragte sie in der Hoffnung, dass er es ihr mitteilen würde. »Ach, er hat nur gesagt, dass er Susan und mir nach der Zeremonie persönlich gratulieren möchte und nicht vor all den anderen, dass ich nicht sauer sein soll, wenn er mir nachher nicht sofort die Hand schüttelt.« erklärte Draco und erschien wesentlich ruhiger als zuvor. Als Severus in den grünen Salon zurückgekommen war und sich auf einen der hintersten Stühle einer leeren Reihe setzte, nahe an der Tür, da spürte er Blicke auf sich. Er betrachtete daraufhin die Gäste, bis er denjenigen fand, der ihn anschaute. Er nickte Harry zu und der nickte zurück. An Ginny gewandt, sagte Harry, »Er ist wieder da! Da habe ich doch wirklich geglaubt, er würde sich aus dem Staub machen!« »Ich denke nicht, dass er Draco das antun würde, egal wie unangenehm es ihm ist, mit so vielen Leuten in einem Gaumen zu sein,« sagte Ginny beschwichtigend, als sie Harry plötzlich fragend anblickte. Der tastete seinen Kragen ab, falls der am Hals versehentlich hochgeklappt war. Doch Ginny starrte ihn nicht so eindringlich an, weil seine Kleidung nicht sitzen würde. »Sag mal, Harry, sind wir nicht mit Kind hierher gekommen?« Nikolas war nirgends zu sehen. Harry holte erschrocken Luft, bevor er weniger ernst in seinen Umhang schaute. Diesen schüttelte und sogar unter den Stuhl nachsah, auf dem er saß, bis Ginny lachen musste und ihn am Arm knuffte. Auch Harry musste lachen, bevor er flüsternd erklärte, als würde er von einem Mysterium sprechen, »Nikolas ist auf seltsame Weise verschwunden, nachdem deine Mutter uns ganz herzlich gegrüßt hatte.« An Harry vorbeischauend hatte sie sich nach vorne gebeugt, um die Stuhlreihe zu betrachten, auf der alle Weasleys saßen. Ganz weit hinten saß ihre Mutter mit Nikolas auf dem Arm und als Molly ihre Tochter bemerkte, da flüsterte sie dem Baby etwas ins Ohr und zeigte zu Ginny und Harry. Gleich darauf nahm sie Nikolas Arm und winkte mit ihm den Eltern zu. Ginny lächelte und winkte zurück. »Meine Mutter liebt Kinder nun einmal über alles«, sagte Ginny. »Das brauchst du nun wirklich nicht laut zu sagen«, als die Musiker zu spielen begannen, verstummten Harry und Ginny, wie auch alle anderen Gäste, auf der Stelle. Draußen vor der Tür zum Grünsalon gerieten Draco und Hermine gleichermaßen in Panik. »Die Musik, es geht los, wir müssen jetzt rein«, sagte Draco, dem deutlich anzuhören war, dass er sich lieber einem Basilisken stellen würde, als durch diese Tür zu marschieren. »Mr. Malfoy? Miss Granger?« Der Mann, der für den Ablauf der Zeremonie verantwortlich war, näherte sich ihnen erneut. »Wie Sie sicherlich eben gehört haben?« Der Mann hielt inne und betrachtete Hermine. »Haben Sie keinen Strauß?« Beide rissen die Augen auf und Hermine fragte als erster entsetzt, »Muss ich einen haben?« »Nein, müssen Sie nicht. Ich dachte vorher nur, Sie hätten einen.« Er zog eine kleine Ansteckblume aus seiner Tasche und hielt sie Hermine als Kleid. Ans linke Schlüsselbein, dann ans rechte, bevor er sagte, »Sie brauchen nichts mehr. Sie sind perfekt, so wie Sie sind.« Hermine errötete. »Noch einen Moment bitte. Dann gebe ich Ihnen das Zeichen, dass Sie eintreten können. Und denken Sie bitte daran, im Takt der Musik zu gehen.« Verunsichert nickten Draco und Hermine, bevor sie sich gegenseitig anschauten. »Du bist ganz rot im Gesicht«, sagte Draco nebenbei. »Oh nein, bitte nicht jetzt!« Verzweifelt wedelte sie sich mit der flachen Hand ein wenig Luft zu. »Wenn wir gleich reingehen, kannst du ganz vorn vielleicht einmal stolpern, damit du von mir ablenkst.« Erbost antwortete sie, »Das werde ich nicht tun.« »War ja nur eine Frage.« Er hielt sich den Magen. »Ich glaube, mir wird schlecht.« »Hey, tu mir das nicht an!« bat sie ihn eindringlich. Der Organisator meldete sich erneut. »Mr. Malfoy, Miss Granger, es kann losgehen!« Noch bevor die Tür geöffnet wurde, flüsterte ihm Hermine gut gemeint zu. »Du darfst nicht in die Massen sehen, Draco. Nimm dir die Zeit und sieh dir die einzelnen Gesichter an, wenn du nach vorne gehst.« Zwei Herren öffneten die Tür und auf einen Schlag wurde die Musik, die vorher nur gedämpft durch das Eichenholz hindurchschrallte, lauter und Hermine fand, auch viel schöner. Die Stuhlreihen mit den Gästen waren noch ein wenig entfernt, jeder hatte sich zu Draco und Hermine umgedreht und Draco machte den ersten Schritt in den grünen Salon hinein. Hermine folgte ihm dicht auf den Fersen und ein wenig seitlich gehend. In dem Moment, als sie den langen Teppich betraten, der etliche Meter nach vorn bis in den Wintergarten reichte, wo die Ministeriumsangestellten auf den Präutigam warteten, da wusste Hermine plötzlich nicht, was sie mit ihren Händen anfangen sollte. Das Gefühl, dass sie selbst verzweifelte Blicke auf sich zog, verstärkte nur noch ihre eigene Unsicherheit. Sie wünschte sich nichts sehnlicher als einen Blumenstrauß, denn den könnte sie halten, ihre zitternden Hände unter ihm verstecken. Ihre Gedanken kreisten bald nicht mehr um ihre Hände, sondern um ihre Füße und da bemerkte sie, dass sie nicht im Takt der Musik ging. Wenn sie es versuchte, dann wirkte ihr Gang holprig, als so ließ sie es sein, um nicht doch noch zu stolpern. Draco hielt sich auch nicht an den Takt. Ohren und Füße wollten einfach nicht in Einklang miteinander arbeiten. Den Rat seiner Trauzeugin hatte Draco beherzigt, die ihm zugewandten Gesichter überflog er nicht nur mit seinen Augen, sondern er verweilte kurz auf ihn. Da waren die aufblitzenden Augen von Professor Dumbledore, der sich mit Professor McGonagall ganz weit nach hinten gesetzt hatte, und selbst die sonst so strenge Lehrerin hatte ein mildes Lächeln auf den Lippen. Neben Professor Dumbledore saß, und darüber freute sich Draco besonders, Blaise Zambini. Draco lächelte unbekümmert, als er dessen Tochter auf seinem Schoß erblickte. Das Mädchen blinzelte nicht einmal, weil es nichts verpassen wollte. Eine Hochzeit und all der dazugehörige Geklanz waren ihr offensichtlich völlig fremd. Aber es war nicht zu übersehen, dass sie begeistert war. Neben Blaise konnte er Tracy und Kevin erkennen, ehemalige Klassenkameraden aus seinem Haus. Nach links blickend sah er sofort einige Gäste in der vorletzten Reihe, alle waren damals in Hufflepuff gewesen. In der fast leeren letzten Reihe konnte er seinen Patenonkel erkennen, der alle Stühle für sich allein hatte. Severus blickte zwar in seine Richtung, aber er schaute ihn nicht an. Für Hermines Empfehlung, sich die Gesichter der Gäste anzusehen, war Draco sehr dankbar, denn jeder, dem er in die Augen sah, lächelte ihm zu. Bei keinem Gast hatte er das Gefühl, dass man einen persönlichen Groll gegen ihn hegen würde. Darüber hinaus war dank Hermines Tipp der Weg bis nach vorn auch nicht so langweilig, wie er zunächst befürchtet hatte. Sogar diejenigen, von denen er gedacht hatte, dass sie nicht seinetwegen kommen würden, sondern nur Susan zuliebe, zeigten, dass sie gut gelaunt waren, wie Luna und Neville oder die ganzen Weasleys. Vereinzelt blitzte es, wenn die Fotografen Bilder schossen. Noch an Ginny und Harry vorbeigehend, die sich an den Händen hielten und beide so breit lächelten, dass Draco vermutete, sie würden momentan an ihre eigene Hochzeit denken, blickte er auch schon in das Gesicht seiner Mutter, die ihm vor Augen hielt, dass er sein Ziel fast erreicht hatte, denn die Eltern des Brautpaares saßen ganz vorn. Seine Mutter hielt ein weißes Spitzentaschentuch in den Händen, weil sie zu ahnen schien, dass sie ihre Freudentränen nicht zu unterdrücken vermochte. Vorne bei den beiden Ministeriumsangestellten angelangt, die die Trauung ähnlich einer Standesamtlichen bei den Buggeln durchführen würden, endete sich wenig später der Rhythmus der Musik. Erneut treten sich alle Gäste um, auch Draco und Hermine, um erst die Brautjungfer zu bestaunen, die ihre Blumen verstreute, bevor Susan von ihrem Vater in den Salon geführt wurde, gefolgt von Hannah, die ein wenig seitlich hinter der Braut lief. Ein entzücktes Raunen ging durch die Menge und selbst Hermine entwich ein neidischer Seufzer, denn Susan war in ihrem Brautkleid wunderschön anzusehen. Der gut sichtbare Bauch berundete das Gesamtbild nur noch ab und machte Susan noch viel hübscher. Vielleicht, so dachte Hermine, lag es aber auch an dem seligen Lächeln, welches auf dem Gesicht der Braut lag. Es hieß, rief sie sich ins Gedächtnis zurück, dass Schwangere eine natürliche Schönheit ausstrahlen würden. Das hatte zumindest mal ihre Mutter behauptet. Als Harry die Braut sah, da drückte er Ginny's Hand und sie erwiderte diese Geste. Ein wunderschönes Kleid, schwärmte Ginny flüsternd. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020